Vielleicht solltest du die medizinische Behandlung den medizinischen Profis überlassen Und mein professioneller Rat ist Dein Zebrauch durchgedreht mit Knutscher Nur das dann ja eben Warte, 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 es gibt noch keine Methode, meine Methode, lasse mich versuchen Und dann wollen wir die Mission nachher mal rausfordern Aber die wollen es morgen noch für die anderen Bossgegner Sie wurden erwartet Wirklich? Ich wurde erwartet Habt ihr gehört, Leute? Ich wurde erwartet Ei, wie fein Hier wäre ich auch gerne drin, aber nicht in den Spiegel nach So, little Monsieur Schwiebel, jetzt sind wir jetzt gekommen und warum sich auch nicht Wir werden es schön aufschließen So, wir haben heute nur das Haus erst mal ist Ich hoffe, das war das hier Ja, das war die Mutter Aber wenn wir schnell sind, können wir auch andere Seiten annehmen Also müssen wir ein bisschen sprinten Der ist nicht so ungesiegbar, also mit den Waffen Jetzt geht es ans Eindermachen, Leute Jetzt geht es ans Eindermachen, Leute Jetzt geht es ans Eindermachen, Leute Aber wirklich, liebe Zuschauer Der Typ ist extrem schwer Ja, das müssen wir eine schöne Munition power upsen Ja, dann müssen wir eine schöne Munition hier lassen, weil Das ist nicht so weit, Leute Also, ich sehe, das beste Das ist nicht so weit mit der Waffen, Leute Das ist nicht so weit bin Man muss rauskommen, Leute Warum bleiben Ich sehe, das ist nicht so weit Das ist nicht so weit Ich sehe, das ist wirklich so weit Ich habe meine Munition gemacht. Ich habe meine Före. Ich habe meine Anis. Jetzt kommt er. Jetzt ist es schnell zum Haus rüber. Weil mir den Kopf abschneidet. Das sieht schnell zum Falten aus. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Das war mein Erfreit hier. Hallo. Ist er kaum? Ich hoffe, dass ich dir was. Was ist das, Kiel? Aber der sucht schon wieder. Da kommt der schon an. Jetzt müssen sie es wehen. Ich muss es irgendwie langsam finden. Aua, das tut mir weh. Ich bin halbiert worden. Ich gebe es keine Aussehen an dieser Scheiße. Ich habe keine Aussehen an dieser Scheiße. Ich habe keine Idee, ich sollte schon den Lacken ausjagen. Und noch einen zweiten Ausjagen. Kann ich sein, dass es nur einen Aussehen gibt? Kann ich sein, dass es nur einen Aussehen gibt? Ich muss eigentlich auch einen zweiten geben. Ich weiß aber nicht, wo das sein soll. Die fahren die Leiche raus, ey. Oder ein Geist macht es. Ein Buhu. Ein Buhu. Die sieht man aber. Auch wenn die unsichtbar sind. So, gut. Wir gehen nochmal ins Haus nochmal rein. Dann gucken wir nach dem zweiten Ausjagen. Ja. Nein. Genau das geht mir nicht. Ich bin nieinig. Ich kann nicht sein, dass es nur einen Aussehen gibt. Jetzt ist es aber auch sagen, ich kann nicht. Ich werde diesem Joo-Titel nicht kommen. Irgendwann muss ich hier noch einen Hinterausgang geben Irgendwann muss ich hier noch einen zweiten Ausgang geben Wir können dann auch einen Kreis umjagen Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können das gerne selbst probieren Bitte, die Zeit rennt Wir können dann auch einen Kreis umjagen Wir können dann auch einen Kreis umjagen Ich habe eine schöne Taktik gefunden So, fahren wir mal drauf Ich kann mich ausarbeiten So ein Dreck Die Bombe ist weg, okay Jetzt ist er frei Jetzt darf er schnell sein Ich kann mich wieder zersägen Laufen, 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 laufen Nicht schießen, laufen Ich bin bei einer Falle drin Ich muss den Kerl schnell erledigen Ich habe jetzt dann nachher Ich werde das so hoch Ich beheße n되는 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 nach oben, nach oben Untertitelung des ZDF, 2020